Michael Kaufmann Antje Hielscher, Bauer sucht Frau BFFs, oder doch mehr, sowohl Michael Kaufmann, 30, als auch Antje Hielscher, 32, wurden in Staffel 18 von Bauer sucht Frau bekannt. Während Michaels Beziehung zu dem Südafrikaner Jan Henrik trotz Traumpaar-Potenzial noch in der Hofwoche unter dramatischen Umständen scheiterte, schien Antje mit Milchbauer und Käsespezialist Arne Traupe, 32, den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Es war eine Love Story wie im Bilderbuch. Die beiden zogen zusammen, man sprach bereits über Kinder, und als Antje vor ihrem Arne im Osterspecial auf die Knie fiel und ihm einen Antrag machte, war auch Kumpel Michael mit dabei. Ihre Fans wurden kalt erwischt, als das Bauer sucht Frau Traumpaar Anfang September seine Trennung verkündete. Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir glauben, dass es das Beste für uns beide ist, war auf ihren Profilen zu lesen. Dennoch kamen Gerüchte auf, ein anderer Mann oder eine andere Frau könnte eine Rolle beim Liebes ausgespielt haben. Schon da wurde Antje's enges Verhältnis zum bisexuellen Party-Landwirt Michael diskutiert. Derlei Spekulationen wurden von der 32-Jährigen zurückgewiesen. In ihren Storys räumte sie mit Fremd-G-Gerüchten auf, stellte klar, wir haben uns getrennt, Arne und ich, und alle, die irgendwie Drama haben wollen. Ich muss euch enttäuschen. Nein, wir haben uns aus Liebe getrennt, weil wir wussten, dass es so nicht weitergeht. Antje und Michael posten Kussfotos Seitdem scheint die Freundschaft zwischen Antje und Michael noch enger geworden zu sein. Und die beiden scheinen die Gerüchte um eine Liebessensation befeuern zu wollen, posten sie doch täglich verdächtig innige Fotos und Statements via Instagram. Für Furore bei den Fans sorgten sie vor wenigen Tagen mit einer Bilderserie, die ganz nach einem Pärchenshooting aussah. Gemeinsam standen die beiden in feiner Abendgarderobe vor dem Hausberg in Bad Lauterberg im Harz. Er umarmte sie von hinten, die beiden lachten herzlich in die Kamera. Kein Wunder, dass die Fans und Follower in den Kommentaren bereits ihre Schlüsse zogen. So hieß es unter anderem, sind die beiden jetzt zusammen? Das sind ja richtige Paarbilder. Ich kaufe denen jedenfalls nicht ab, dass sie nur Freunde sind. Michael Kaufmann stellt klar, nach wie vor mega gute Freunde. Natürlich reagieren die Follower verwirrt. Habt ihr geheiratet? Ich dachte Michael, liebt Männer lächelnder Smiley mit lächelnden Augen, hakt etwa ein User nach. Auch, gute Freunde. Ja nee, ist klar. Michael mach Antje glücklich rotes Herz oder was passiert da mit euch? Ist in den Kommentaren zu lesen. Auf die vielen, durchaus erwartbaren, Fragen zum Beziehungsstatus von Antje und Michael reagiert dieser mit deutlichen Worten. Nach wie vor bin ich Single und es ist nach wie vor eine mega gute Freundschaft, was auch oft genug geschrieben und gesagt wurde lächelnder Smiley mit Heiligenschein. Jetzt von morgens bis abends zu schreiben, dass wir Freunde sind. Nee, weil irgendwann ist auch mal gut Smiley mit Freudentränen. Es wurde schon oft genug gesagt, sogar in Videos. Runde Klammer Punkt 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 Runde Klammer. Ich poste gerne was, wenn ich schöne Bilder oder Momente von einem Tag teilen kann, oder mag diese auch von mir, ist ja auch mein Account. Warum damit einige nicht klarkommen ist, gleich trifft bei mir auf Unverständnis. Liebste Grüße Wie bitte Klammer Punkt Punkt Runde Klammer.